Okay, wir haben jetzt unsere Zähne gefixt, das ist ja geil. Boah, die sehen jetzt wieder gut aus jetzt. Mal sagen, ja, die Haut ist jetzt nicht unbedingt der geilste, aber... Ich meine, am Anfang geht das ja voll, so ein bisschen Modus schon unterwegs und so. Ja, wir gehen jetzt kurz zu unserer Linksbewegung. Ich hoffe, die zweite Folge von Bookhaven Live hat euch gefallen, Freunde. Lasst ein Like und ein Outbo da und bis dahin, Freunde, haut rein. Bis in der nächsten Folge, bitte. Ciao.